Alter! Alter, wie hast du das denn? Was habt ihr denn für wieder vor? Da steht los von Tal gegen Baum, oder? Ja, aber oben, oben das Ding ist mitten in die Gabel von dem Baum rum. Der geht schon so ordentlich zurück. Bei der 22? Ich muss mein Ding... Flo, falls du mich nachher als Luftschleusebediener brauchst, schreib's mich dann einfach an. Ich bin da mal... Ja, mach ich. Ich muss mal gucken, wie lange... Also ich denk mal... Ich weiß nicht, wer noch alles da ist jetzt heute. Aber drei Leute für Artemis wären wir ja schon wieder. Ja, kein Stress. Ach du Scheiße. Bis später. Bis später, viel Spaß. Bis denn. Das hat mich dann erstmal Indianer stehen lassen. Dein Indianer hast du stehen lassen? Naja, das sagt man immer dazu, wenn man beim Mais... hin und wieder mal eins, zwei solche... Kolbensteine stehen lässt. Ja. Das sagt man immer, man hat Indianer stehen lassen. Nein, nein, nein. Der macht schon wieder einen Florian. Ich bin umgekippt. Ich sag ja. Ach Gott. Und ich komm nicht wieder hoch. Flo, ich darf dir mal nach. Warte, jetzt ist die schon... Äh? Ist die schon gemäht? Ja, klar. Ich weiß nicht, was du jetzt hier willst. Aber nicht das ganze Feld ist gemäht. Okay. Glaube ich zumindest. Jetzt bin ich schon wieder umgekippt, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Weißt du, wenn ich keine Aufnahmen mache, ne? Alles wunder... Nein. Alles wunderbar. Aber sobald ich eine Aufnahme starte, äh... Fange ich an. So. Jetzt haben wir gleich... Du bist doch einfach nur um neue Klicks zu bekommen. Natürlich. Ja. Wo es auf jeden Fall da ist, dann laut. Wie viele Klicks hast du eigentlich so in der Regel auf deine Videos? Ich? Aktuell sind es... Ja. Aktuell sind es nicht so viele. Ich weiß auch nicht. Wobei... Ich glaube, äh... Es ist so ein bisschen... Auf dem absteigenden Astral. Ja. Wobei ich spiel's gerne... Mir geht's auch gar nicht um die Klicks, ey. Das ist, äh... Ich mach's, weil ich... Ich mach's, weil ich... Es ist doch okay. Hahaha. Das auf jeden Fall. Also im meisten Videos sind so um... Schon um die 100, denke ich, aber... Gibt manchmal auch weniger. Weil... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, äh... Wenn ich mal so bei mir einen... Ja, einen Abonnenten nachschaue... Gegen deine Top-Klicks... Bei zwei Klicks pro Tag. Also hab ich Videos gehabt... Acht Stunden online. Nicht ein Klick. Ich war der Erste, der sie überhaupt angeklickt hat. Ja, das dauert manchmal ein bisschen, bis das aktualisiert wird, ne? Ähm... Ist die Zeit nicht wieder normal zu stellen. Ja. Wo ich dir auch gerne mal sagen würde... Bei dir... Ist das schön... Hier ist alles gemüt. Ähm... Ist das so, Flo... Ja. Dass du... Vielleicht... Deine Playlist... Dass du die so immer in eine Reihenfolge reinbringst... Dass... Dass du in deiner Playlist... Wenn da jemand drauf geht... Mhm. Wie zum Beispiel Maisernte 1, 2, 3, gell? Ja. Dass du das alles nochmal extra machst... Und dann das nächste... Und dann das nächste... Und das alles... Weil... Ich hab mich... Ich bin ganz ehrlich... Ich hab mich am Anfang mal geärgert... Mich hat das... Die Forstwirtschaft... Mhm. Weil ich ja nicht spielen konnte auf meinem Computer... Die Forstwirtschaft richtig interessiert... Ich kam bis zur 5 und dann musste ich erstmal überall suchen... Ja. Dass ich an die 6 und die 7 kam... Auf Deutsch gesagt... Ja stimmt... Ich sortier das nochmal um da... Ist ne gute Idee... Dass man die verschiedenen Themenbereiche macht, ne? Ja genau... Und die tut ja auch... Dekodieren... Weil der Playstation 3 bringt da ein kodiertes Signal mit... Ja. Ja stimmt... Und da will... Da will... Ich hab dich ja bei mir zum Beispiel... Also... Let's Multiplay... Mhm. Hab ich jetzt... Zum Beispiel als Partner mit eingeschrieben... Ah, ok. Ja. Ja, das kann ich ja nochmal... Kann ich ja auch nochmal... Machen wir das auch nochmal... Ich hab ja Charlys Kanal... Wird ja auch noch gepusht... Und... Der von Ninkai wird gepusht... Und... Ja, irgendwann sind wir da ein riesengroßes Netzwerk... Ja, genau... Und dann kommen wir in die Pushen... Höhöh... Entschuldigung... Ja... Alles gut, ey... Ich hab ja noch keinen Kanal... Einer kommt noch... Alter, halt... Wir fangen alles mit Kanälen an, ey... Genau... La Familia... Aber ihr wisst ja... Ihr wisst ja... 80% eure Werbeeinnahmen gehen an mich, ne? Selbstverfreilich, deswegen hab ich ja auch meinen eigenen... ich sag ja, wenn dein Kanal gefördert werden soll nein, alles gut ich hab dich zum Beispiel drin ich hab jetzt auch meine ganzen Leute die haben dich jetzt also diesen Kanal von YouTube deabonniert du wirst kaum glauben die haben sogar abonniert oh, sehr gut da haben wir alle irgendwas richtig gemacht meine Frau ist zum Beispiel auch mit dabei oh, sehr gut mit wie viel musstest du schlafen? ich hab's alle genommen egal ob blond oder braun ich liebe alle Frauen genau so ist es wir machen schon wieder Sachen hier ja, aber stimmt, eigentlich geht's gar nicht so ums Spielen bei uns wir labern eigentlich immer nur die ganze Zeit ja, ums Spielen nebenbei das ist aber das Geniale bei euch außer Kater Kater labert heute nicht viel irgendwas stimmt mit Kater nicht hab nichts zu sagen mir fällt nichts gescheites ein halt dich lieber mal im Maul wenn du nichts zu sagen hast einfach mal Fresse halten ja was wolltest du sagen, Cory, mit deiner Freundin? nö, die guckt sich das zum Beispiel bei ihr läuft das oben am Tablet okay jetzt, die sieht ja, die kriegt eine Nachricht automatisch wenn du, wenn jemand irgendwas live streamen oder so machen tut mhm von meinen Leuten kriegt die eine Nachricht ja weil wir halt auch viel über das Uplay was die Playstation 4 unterstützt mache ich ja auch immer sehr gerne, aber meine Playstation 4, die hat jetzt erstmal eine Mücke gemacht, das Miststück recht, die ist auch ganz neu, die Playstation 4 jaja aber auch wenn es ein 8-Kern-Prozessor ist, kannst du es trotzdem noch in die Döne klöpfen okay es ist wie die Schrottbox Swarm einfach nur nicht ausgereift okay ja Mist ja, schade wie tut jeder empfehlen, ich soll vom Rechner weg und soll auf Konsolen gehen nee auf keinen Fall wenn jemand Geld hat, empfehle ich definitiv, nehmt einen Rechner ja ja, das ist definitiv wenn ihr kein Geld habt, empfehle ich, nehmt definitiv einen Rechner oder nehmt einen Job nehmt einen Rechner eben nee, da wollte ich gerade sagen, dann nehmt euch Arbeit ey Leute, ich wäre ja schwer dafür dass wir, ähm, dass wir noch eine andere Mod mit rein nehmen hier diese, äh, wie nennt es ihr das, Drive Control oder so wo man dann quasi, muss man dann quasi seinen Trecker immer mal wieder an- und ausschalten aber, ähm du kannst da einstellen das kannst du anpassen, wie du willst du bekommst, da steht dein Pomaden in die Getriebebekleidung ich hab das bei mir auch privat drauf aber du kannst wenigstens hier Allrad und so mit, äh, mit dazu schwingen weil ich komme hier mit dem, mit dem Sammelwagen den Berg am Feld 20 einfach nicht hoch ich muss jetzt halb übers Feld fahren okay, äh, also kann sein Differenzial-Motoren Drive Control gibt's jetzt auf der offiziellen Webseite zum Runderladen äh, blo, korrektest du mir grad einen? ach so, ja, mach ich mal eben, warte Drive Control gibt's jetzt auf der, äh, Webseite zum Runderladen okay danke sehr und das mit diesen Motoreneisen einschalten das kannst du ja ausschalten das kannst dir anpassen, das Drive Control, was du brauchst ja, aber ist Müller ja Entschuldigung, wenn ich gerade noch... ähm wo haben wir das andere Gülle fast gebraucht? ich hab Florian gebaut ist, ähm, Zubringer ist, ähm, Zubringer das heißt, du kannst es auffüllen ach so ja dann komm ich mal... es ist nicht schlecht ähm, weil dann kannst du zum Beispiel und... warte, ich komm mal kurz hochgefahren zu euch dann was habt ihr denn jetzt gemacht? Kata, spring mal aus dem Trecker raus ach, alles springen du sagst, das ist ja einfach einfach aussteigen äh, betreisen Alter Alter, wie hast du das denn? was habt ihr denn für wieder vor? na was denn da steht los von Tal gegen Baum, oder? jawohl jawohl ja, aber oben, oben das Ding ist mitten in die Gabel von dem Baum der geht doch noch nicht zurück bei der 22 ja, muss mal reinspringen ich sehe etwas, was du nicht siehst es ist schwarz-weiß und hat einen vertikalen Stump ähm kommst du jetzt nicht mehr raus, oder was? kommst du jetzt nicht mehr raus, oder was? ich hab noch gebremst, und ich hab noch gehoopt und das Ding springt nicht beiseite trotz heftigen Goopens ging der Baum nicht zur Seite jawohl der geht nicht vor, nicht zurück jetzt kann er auch noch mal reinspringen, damit er das auch noch mal sieht hier wo? ähm, unten auf Tal 22 der Traktor, der MB Truck oh, nicht zu fassen, ey, nicht zu fassen auch überall stehen leere Traktoren rum, die trainst du alle hier oben rum ja, ich du Beistdänzer oh, herrlich oh, ich muss noch mal ne Katze ehem noch mal ach, die Katze ich säg doch nicht die ganzen Pfeile oben wegen dem Düssel die bezogen und die Ecke und die Beistdänzer was? oh, der ist das ganze BAM ja gut das ist das ganze das ganze du mach's mal das ganze wir hissen das kömische Feld wehens manch oben rechts haha du hast doch gesagt, die Heuballen würden nicht gehen, warum liegt denn hier ein Heuball? Das ist ein Grasballen. Doch ein Heu. Nein, das ist Gras. Echt jetzt? Ja. Danke, Kata. Ich bin so volles... Kata macht die Rettung für Erwachsene, ey. Herrlich, hör mal. Was? Oh, herrlich, herrlich. Jetzt schmust mein Kata noch mit dem Mikrofon hier. Achso, ich dachte, du hast nie brav wollen. Nein. Nein. Das hat gerade so gebrummt im Rohr. Das war der Kata. Ich denke mal, das ist bei mir auch das Problem, warum ihr auch mal solche... mich so blöd hören tut. Weil ich hab hier ein 7.1-Hetset. Ah. Was hat das damit zu tun? Ja, ich weiß nicht, ob ich da eine Rückkopplung krieg, weil ich hab hier zigtausend Stecker da hinten in den Computer reingebrüchelt. Hä? Ich hab eh einen USB-Stecker an meinem 7.1. Äh, du brauchst kein USB, ich bin da noch alt geworden, ich. Äh, du meinst rückschrittlich. So kann man das auch ausdrücken, altmodisch. Die einen ist doch die Geizhälte. Äh, andere Sachen, die dir auch. Äh, was mach ich jetzt eigentlich? Mal so ne Frage. Äh, fahr irgendwo Florian, damit man was zu lachen hat. Achso, wobei ich... Warte mal, äh... Ich komm hier mal hochgefahren. Aber überlastet den kleinen MB-Trag nicht so sehr. Ich komm mal, ich komm jetzt mit dem Magnum hochgefahren. Der schafft halt. Äh, ja, T-150K. Ja, an dem könnten wir noch einiges verbessern, aber... Ganz alter. Ich find den gut. Ja, ich brauch zum Beispiel keine Rückspiegel und das schwarze Teil, der Luftfilter da vorne nehmt. Da spielst du mir Pucki. Ich glaub sogar, ich weiß nicht genau, äh, müssen wir mal gucken, ich glaub den hat schon ein anderer, der war beide, den gibt's doch schon da zum Download durch, von 15er. Ja. Echt? Ähm, ja, der... Mensch, der ist doch Ende des Jahres, hab ich den mal gemacht, Ende vorigen Jahres. Achso. War der 15er gerade neu raus, das Ding war doch... wahrscheinlich stein alt. Also, ich brauche, er funkt nie in den Rückspiegel. Ich bin mal ganz kurz durch Ansprechbar, ich muss mal ganz schnell auf Toilette. Wunderbar. Ja, das darfst du. Bist entlassen. Also, äh, äh, nicht permanent, aber jetzt. Gerade. Ähm. Freigestellt. Freigestellt. Wo ist denn, wo seid ihr denn hier auf Fade 22? Hier, hier, rechts, rechts, rechts. Weiter, 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 ja, 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 ja. Hier, hier, ja. Steht dann wohl hier. Da seid ihr. Ey, cool, ich steig auf, aus und lauf und es ruckelt nicht. Wie geil ist das denn? Dankeschön. Nicht schlecht. Ja, kein Problem. Und wer schwadert hier? Äh, Kater. Achso. Ah. Und wo schwadert der? Äh, hinter dir. Hinten auf der 22. Da, wo das Ding mit dem schwarzen Teil auf der Motorhabe ist. Ja, warte mal. Pick-up. Raderwagen anschalten. So, jetzt. Und, Leute. Oh, jetzt bin ich ausgestiegen. Hups. Wollte ich doch gar nicht hier. So, was denn? Ach, da hinten fährt er. Achso. Ich hab mir jetzt für meinen privaten LS hier die kleinen Raupenschlappe runtergeleuten, die sie jetzt auf Motorhaster haben. Die sind auch geil. Raupenschlappe? Okay. Ja. Auch nicht schlecht. Pläne Raupen. Hm. Ein ganzer Park und noch hier, äh, Flüge dazu und so. Okay. Der Sound, der Start-Sound von Svetrain ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sonst. Ja. Auf der Old Times sind die herrlich. Okay. Ich mag das alte Zeich einfach. Ja, nicht schlecht. Ja. Ja, glaub ich. Ich muss nebenbei hier mein Kater mal ein bisschen streicheln. Na, Gott. Ja, genau. Florian, kümmere dich mal schön um Kater. Ja. Kater mag es. Diese ganzen, die ihren Streichel-Orgasmus kriegen, wenn sie auf einmal um sich zwacken. Oh, ja. Oh, Gott, ey. Ach, zielen sie sich. Ach, tut das so gut. Und auf einmal. Machen sie zu oder zwicken. Ja, weil sie dir auch was Gutes tun wollen. Ja, klar. Schmerz. Eine Katze. Eine Katze will dir niemals was Gutes tun. NIEMALS. Stimmt. Macht immer nur das, was ihr gefällt und was ihr gut tut. Da ist er, oder? WB. Eine Katze hat kein Herrchen, sondern die hat Bedienzitte. Ein Korotraktor. Wie war das noch? Hunde am Herrchen, Katzen am Bedienzitte. Ja. Das ist der ganze Spruch. Ja. Nur am Rumnägern den ganzen Tag für die Viecher. Ja, aber die haben halt ein gutes Leben, ne? Nein! Nein! Äh, ne, Entschuldigung. Äh, ne, Entschuldigung. Ich hab ja nur gerade mit meinem Frontlader-Ding... Hast du wieder einen Florian gebaut? Ja, so ähnlich. Hast du den Baum gefunden? Äh, ne, ich mein, ich muss den Frontlader... Ja, aber ich hab mir überlegt, wir könnten natürlich auch bei tausend Abonnenten, können wir auch einfach tausend Minuten Streaming machen. Nein, ich bin für die erste Variante. Oh, ey, ich kann doch nicht im Bikini so rumsitzen, ey. Klar kannst du! Klar kannst du das! Ähm, ey, ich schiebe jetzt ein, ey. Das passiert doch eben durch deinen Kopf. Äh, weil wenn ich, wenn ich richtig sitze... Ne, der ist mit Green, Mann. Ich richtig sitze? Ja, ey, ich stell dich vor dem Green Stream mit einem Bikini. Am besten auch mit einem grünen Bikini, ne? Ja, Bikini! Ja, Bikini! Das war ja einfach so. Meine Frau liebt nicht den Bikini. Was für ein Bikini, was? Pink muss er sein. Pink? Meine Frau liebt die Farbe Pink. Okay. Ich hab gar keinen Bikini. Oh, die ist ja sogar... Da spricht... Achso, das war Charlies Frau, ne? Nein. Ne, das war Ottos Frau. Ah! Ja! Ja, Flo, Frauen sprechen! Frauen können sprechen! Ja! Florian! Ja, mein Weltbild ist gerade erschüttert. Hallo, hallo, Ottos Freundin! Hallo, Ottos Freundin! Florian, kannst du mal eben schnell in den MB-Truck springen, bitte? Ja, mach ich mal eben. Warte. Hm. Wo bist du denn? Warte. Moment, MB-Truck, MB-Truck, MB-Truck. MB-Truck... Oh! Alter, ey! Was hast du denn schon wieder gemacht? Wie hast du das denn hinbekommen, ey? Alter, ey! Was hast du denn kapriziert? Ähm, ich steig immer aus eben, warte. Oh. Hups. Jetzt ist wieder Heide hier. Mensch, macht euch endlich von der PGA runter, dass das Geruckel erfährt. Oh, ja. So, ich bin jetzt alle. Ich wollte nur... Ich wollte nur das Mähwerk. Und dann hat das Mähwerk ab, und dann ist der Frontlader ab, und dann ist der Frontlader nicht mehr dran, dann wollte ich ihn beiseite schieben, und dann war das. Ja. Du hast ihn falsch rum eingehangen, würde ich sagen, was? Nee, ich hab ihn nicht falsch rum angehangen, ich wollte ihn einfach nur beiseite schieben. Und dann... Dann war das. Ja. Ja.